Unser Filmstudio 9 Sekunden erzählt die Geschichten zeitüberdauernder Architekturen weltweit. Seit unseren Kindheitstagen zieht uns Architektur an, sie weckt unsere Fantasie, wir erkundeten sie stets wie Abenteurer, immer auf der Suche nach geheimen Gängen und Kammern, wir erforschten jeden Winkel, um ihre Geheimnisse freizulegen und wir fanden sie schließlich in den Atmosphären der Gebäude, Atmosphären, sie werden über die Dimension der Zeit erfahrbar und Zeit lässt sich durch die Möglichkeiten des Films abbilden, dies ist eine Eigenschaft, die der Fotografie verborgen bleibt. Atmosphären, sie verbinden aus unserer Sicht gute Architektur und Film untrennbar miteinander. Architektur ist gebaute Essenz, sie entspringt immer einem geistigen Prozess. Wenn aus einer Idee die Skizze, das Modell erwächst, dann erst werden jene Atmosphären geboren, die uns so faszinieren. Die Dokumentation von jenen Atmosphären brachte uns bisher zu den Gebäuden einzigartiger Architekten. Ziel unserer Filme ist immer die Andeutung der dahinterliegenden Idee. Durch diese individuelle Idee entfalten die Architekturen ihre Tiefe und Zeitlosigkeit. Jedes Gebäude auf seine eigene Art und Weise. Diese magischen Momente speichern wir mit den Mitteln des Films. Aus diesem Grund entstand unser Filmstudio 9 Sekunden. Ein Filmstudio für Architektur, Landschaft und Kultur. Also gestern haben Sie gesehen? Es war wärmer, heute. Finde ich aber nicht. Weil der Himmel ist. Du warst ja auch draußen. Ich war vorhin draußen. Und da kamen sogar Wolken. Vielleicht als ich draußen war, war es so warm, dass ich es nicht ausgehalten habe. Das war auch Nacht.